Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Beim letzten Mal, ja, haben wir den, äh, haben wir die letzten Monster getötet und hatten eigentlich gehofft, dass uns Bruva dann direkt ein paar Leute gegen Nilfgaard gibt, aber der scheint sauer zu sein, wir sollen ihn treffen. Und ja, wir sind gerade unterwegs zu ihm und da scheint ein Katakhan zu sein. Okay, es ist kein Standardkampf, es ist ein Puzzlekampf. Ich hätte tatsächlich mit einem Puzzle-Kampf, äh, Standardkampf gerechnet, aber gut, Puzzlekampf geht auch. Mal gucken. Der älteste Bruva Hoog war zwar mit dem Frühjahrsputz fertig, aber das hieß nicht, dass die Passage nun sicher war. In den eisigen, windgepeitschten Ruinen abseits der Wege trieben sich weiterhin Monster herum und warteten nur auf nichtsahnende Reisende, die sich verlaufen hatten. Töte sowohl den wageralsigen, auch gerissenen Vampir. Nicht ein Soldat ergriffen, okay. Okay, setzte die Fähigkeit des Anführers ein, dann gucken wir doch mal, was ist denn unsere Fähigkeit und was sind unsere Karten. Ähm, okay, da ist doch jetzt aber ein gezogen worden. Ergreife alle zwei Züge zu Beginn des Zugs die stärkste Einheit in der gegenüberliegenden Reihe und verschiebe sie in die am weitesten rechts liegende Position. In der verbündeten Fernkampfreihe befinden sich vier... Verschiebe die verbündete Einheit, in die am weitesten links steht, auf die gegnerische Seite. Ach, okay, der zieht die stärkste und der die schwächste, okay. Das heißt, der zieht gleich die Soldatenpuppe, ne? Wenn der die stärkste Einheit zieht. Okay. Ich hab ein Schwalbe-Krafttonikum. Also er zieht die stärkste und danach muss ich irgendwie... Was macht er denn eigentlich? Okay, er hat keine Fähigkeit. Und er zieht dann die schwächste. Achso, okay, ich verstehe. Ich krieg den wieder zurück. Alles klar, okay, ich weiß, wie es gedacht ist. Also die Idee ist, dass ich mir die Wagenburg zurückhole, indem ich ihm vier von den Puppen rübergebe. Oder drei. Ich glaub drei. Wenn vier sind, schiebt er die ja wieder zurück. Ähm, das heißt, ich muss ihm eine stärkste geben. Eine schwächste noch eine stärkste. Die stärkste ist das. Und dann muss ich ihm irgendwie eine schwächste geben. Dafür benutze ich dann wahrscheinlich Mewes Fähigkeit. Okay. Gucken wir mal. Jetzt zieht er sich ihn. Genau. Jetzt gebe ich hier Punkte drauf. Er kriegt ja dann zusätzlich noch Punkte. Damit zieht er jetzt die Soldatenpuppe. Ich spiele einfach mal noch eine Soldatenpuppe. Zack. So, jetzt zieht er sich wieder die stärkste Einheit. Das heißt, ich verstärke die einfach um zehn. Zack. Und jetzt zieht er sich wieder die schwächste Einheit. Da muss ich einfach nochmal eine Soldatenpuppe spielen. Und jetzt spiele ich hier noch eine Soldatenpuppe. Und benutze die Fähigkeit. Das war simpel. Simpel und schnell. Und zack. Oh, wieder so viel Geld. Jawohl. Aber irgendwie kriegen wir diesmal nicht ganz so viel. Kann das sein? Oh. Das Arbeiterkomitee hat festgestellt, dass es sich beim widerlichen Gestank in der Goldmine vom Felsenpass keineswegs um einen Forz von Walter oder sonst wem handelt, sondern dass dieser von Methandämpfen verursacht wird. Beachtet daher bitte folgendes. Betretet auf gar keinen Fall die Mine, bevor sich der Gestank verzogen hat. Kein offenes Feuer innerhalb von 30 Schritten um den Mineneingang. Entschuldigt euch bei Walter für etwaige Unannehmlichkeiten. Okay, Methangas hat also nicht nur jemand gefurzt. Gut. Was auch immer das mit dem Katakhan zu tun hat, wenn ich ehrlich bin, hat der das Gas hier freigesetzt. Das wäre neu. Das kenne ich ja gar nicht so von Katakhanen. Ach, guck mal, schon wieder. Die haben hier ein Problem mit Gabelschwänzen. Aber gut, die können ja auch gut fliegen, ne? Das muss man dazu sagen. Ja gut, holen wir uns erstmal den da. Ist ein Standardkampf. Plötzlich zerriss ein Markerschütternder Schrei. Die Stille, ehe jemand sich besinnen konnte, stieß eine riesige Kreatur aus den Lüften nieder und packte einen unseligen Infanteristen. Sein Blut besprenkelt den Schnee und hinterließ eine rote Spur zum Nest der Bestien. So, mal wieder einen Gabelschwanz bekämpfen. Hatten wir ja auch schon eine Weile. Obwohl, es ging. Also wir hatten es schon öfter auf jeden Fall. So, ich muss aufpassen, das ist jetzt ein Standardkampf. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr mit meinen Einheiten haushalten. Ich muss den da auf jeden Fall loswerden. Wegen seiner doofen permanenten Zähigkeit. Der wird sonst echt nervig. Aber eigentlich passt mir das von den Karten erstmal schon. Das lassen wir erstmal so. Klar, noch zwei Eier. Warum nicht? Ähm, generiere zu Beginn der Runde ein Harpien-Eier zu beiden Seiten. Verzerre nach vier Zügen zu Beginn. Achso, die schwächsten Seien. Äh, okay. Er will die Harpien-Eier verzerren. Gut, das habe ich mir ehrlich gesagt fast gedacht. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, damit hätte ich ja niemals gerechnet. Sehr gut. Ach Mist, die Harpier kommt ja einfach. Ach. Stimmt, die kam ja trotzdem. Da muss ich dann vielleicht mal irgendwie hier ihn benutzen. Mal gucken. Das gefällt mir so irgendwie nicht gerade. Oh, das gefällt mir alles ganz und gar nicht, wie das hier gerade läuft. So, jetzt muss ich aufpassen. Gleich verzerrt er nämlich. Das heißt, irgendwie muss ich das jetzt sinnvoll hinkriegen. Und er hat natürlich meine Wagenbruch getroffen. Achso, er verzerrt sie jetzt gleich. Na klar. Okay, aber das passt mir fast. Verdammt. Es würde mir passen, wenn die Karte jetzt halt noch Punkte hätte. Gut, dann müssen wir es folgendermaßen. Ne, das geht ja auch nicht, oder? Ah doch, das geht. Pass mal auf. Zack, zack. Und jetzt ihn. Eins, zwei, drei. Und dann einmal noch Angriff. So, punktemäßig ist er noch vorne. Okay, aber ich kann das jetzt punktemäßig eigentlich aufholen. Bis mal auf. So, und dann Gabor. 15 Schaden auf den. Dann habe ich sogar nämlich die bessere Zähigkeitskarte jetzt. Ganz ruhig da, ihr blöden Schleimlinge. Gut, damit haben wir Runde 1 gewonnen. Und müssen jetzt uns am besten erstmal um den Typen kümmern, finde ich. Das wird gerade am wichtigsten. Ich habe das Gefühl, die Wagenburgen überleben nicht lang. Die tausche ich mal aus. Jetzt hat es... Ach ja, stimmt, klar. Ich habe ja Gaskon nicht ausgetauscht. Ähm, das passt mir eigentlich wieder. So, pass mal auf, mein Freund. Jetzt spiele ich nämlich als erstes. Erst ein... Oh, wo ist die Karte jetzt? Ach, da. Die Streunerkavallerie. Der tötet den nämlich jetzt einfach. So, da kannst du dein neues Ei produzieren, wie du Bock hast, mein Freund. Das macht mir nix. So, zack. Schön erstmal ein bisschen Feuer gelegt. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwie mit Newe mal was gebacken kriege. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Dann nutzen wir mal den Streuner von Spalla tatsächlich. Was glaubst du so? Wobei das auch nicht gut ist, wenn ich ehrlich bin. Das bringt mich eigentlich auch nicht weiter, merke ich gerade. Das Problem ist gerade, Mewe ist halt einfach zu... Mit ihrer Fähigkeit halt einfach gerade irgendwie nutzlos, leider. Au. Kriegt der... Macht der Schaden jedes Mal? Welcher ist denn das? Achso, nee, der hat einfach gerade zwei Schaden gemacht. Sorry, ja klar. Ja, ja, klar, ne? Probieren wir es mal mit Barnabas. Komm, Crenauge. Tja, ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form irgendwas gebracht hat. Ach, verdammt, ich hätte doch gerade mit Newe erstmal... Ja, gut. Und dann... Zack, 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 zack. Sehr gut. Damit ist nur noch eine von denen über. Das ist ja immerhin etwas. Damit ist nur noch eine von denen über, die die ganze Zeit so ein blödes Ei herstellt hier. Alter, der macht übelsten Schaden. Das kann ja nicht sein, Freundchen, mit den blöden Greifen hier. Links, rechts, links, rechts, links. Kannst doch nicht so einen extremen Schaden mit den Greifen machen. Ah, und das ist der Alternative, wo er allen Punkte gibt. Alter, Falter, ey. Der legt ja richtig los gerade. Der legt ja gerade richtig los, Mensch. Okay, pass auf. Das mache ich jetzt clever. Wieder und wieder und wieder. Das mache ich jetzt ausnahmsweise mal... Okay, ich wollte es clever machen, aber das Ei wurde zerstört. Oh, verdammt. Der Mist, ey. Der haut ja jetzt richtig Punkte raus. Ähm... Okay, dann scheiß auf clever. Beziehungsweise lass es einfach so machen. Und hepp. Eins. Zwo, drei. Sehr schön. Dann hier nochmal die Fähigkeit aktiviert. Und hepp. Einmal wieder Feuer. Ja, guck mal. Und schon sind wir wieder vorne hier mit den Punkten. Ich habe auch noch Renard. Das heißt, wir können jetzt die Fähigkeit hier nochmal schön aktivieren. Dann sind wieder alle da in dem... Na toll, jetzt kriege ich noch den zweiten Feuer rauf. So, nochmal aktivieren. Ach, jetzt kommst du. Das ist natürlich auch frühzeitig, mein Freund. So, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, guck mal. Und schon sind wir wieder vorne. Und jetzt kann ich mit Mewa auch endlich mal hier den Angriff durchziehen. Und sie mal stärken. So, gefällt mir das doch hier. Kannst du dich stärken, wie du Bock hast, glaube ich. Das gewinnst du nicht mehr, mein Freund. Jetzt kommt noch Ei. Das gewinnst du jetzt nicht mehr, mein Freund. Kommt da jetzt noch ein Ei? Ach nee, ich glaube, das aktiviert die Eier ja bloß, ne? Zack. Und zack. Tschüss damit. Und damit gewinne ich das jetzt. In dieser Runde schon. War vielleicht ein bisschen riskant. Ich hätte zwischendurch sicher mal passen können, aber... Ja, genau. Zum Beispiel deswegen ist es ganz gut, dass ich nicht gepasst habe, weil der Barbe Gazi halt eine echt starke Zähigkeitskarte ist. Sprich, wenn der die beide durchgekriegt hätte, hätte der einen riesen Vorteil für die letzte Runde gehabt. Und das wäre natürlich auch nicht so geil gewesen, ne? Dass der so einen fetten Vorteil für die letzte Runde kriegt. Hier kriege ich dann nicht ganz so viel jetzt scheinbar. Ist der jetzt einfach auf den Zwerg gefallen eigentlich? Der lag doch da drunter. Oh, ich kann was bauen. Was kann... Ah, ich ahne, was ich bauen kann. Oder? Ja, ich kann. Toll. Danke. Danke spielen. Ich wünschte, man könnte einstellen, wann der einen das mal anzeigt, ey. Tal der Vorfahren. Okay, was ist denn da unten? Oh, warte erst mal. Lieber Sohn, wenn du die Familienkruft geöffnet hast, kann das nur bedeuten, dass dein Vater verstorben ist und an meiner Seite in Frieden ruht. Kräme dich aber nicht zu sehr, denn so spielt das Leben nun einmal. Früher wie heute. Du bist nun das Oberhaupt der Familie, das ist keine einfache Aufgabe. Aber verzage nicht. Ich habe für diesen Tag eine erkleckliche Summe beiseite gelegt. Du findest sie dort, wo wir uns früher immer Sonnenuntergänge angesehen haben. Mögest du eine lange und strahlende Zukunft haben. Deine dich liebende Mut... Oh. Deine dich liebende Mutter war Varka. Ah, okay. Also irgendwo auf dem Gipfel eines Berges. Huppala, was ist denn hier? Hallo, was ist denn hier los? Mebe bot sich ein trauriger Anblick. Ein Massenkrank für Bergleute, die durch eine Verkettung unglücklicher Umstände gestorben waren. Ihre Bleisärge lagen auf dem Schnee und auf ihnen Hopfenzapfen. Die Trauernden warteten, bis die Gräber fertig waren und der gefrorene Boden machte das Graben schwer. Unter dem Knirschen und Klopfen der Hacken und Schaufeln stieg der Vorarbeiter auf einen Stein, um eine Rede zu halten. Wütende Rufe und lautes Bohn hinderten ihn daran. Du hast es gewusst! Sie haben Dämpfe gerochen, aber sie mussten weiter graben, bis alles in die Luft geflogen ist. Um jeden Preis das Tages soll erfüllen, was? Du hast Blut an den Händen, du Bastard! Ein Trauergast hob einen gefrorenen Erdbrocken auf und warf ihn nach dem Vorarbeiter. Blut spritzte aus einer Platzwunde auf seiner Stirn. Dem ersten Brocken folgte ein zweiter, dann ein Stein, dann ein Ziegel. Mebe erkannte, dass der Vorarbeiter zu Tode gesteinigt würde, wenn sie nicht eingriffe. Ah, das ist das mit dem Methan, ne? Ähm, ja komm, wir müssen uns zumindest... Also ich meine, die werden sich am Ende auch nicht freuen, wenn sie ihn töten und dann merken, was sie getan haben. Ähm, bestraft, okay, vielleicht, aber nicht auf die Art und Weise. Etwas musste passieren, und zwar schnell. So viel war Mebe klar. Sie trieb ihr Pferd an und ritt auf dem Friedhof, drängte sich durch die Zwerge und hielt vor dem Vorarbeiter an, um ihn mit ihrem Pferd vor weiteren Treffern abzuschirmen. Beruhigt euch! Ruhe! Seine Schuld kann nicht hier entschieden, werden sie! Bevor Mebe aussprechen konnte, traf sie ein schwerer Stein an der Brust und warf sie fast aus dem Sattel. Ihre lyrische Eskorte senkte die Speere, zog die Schwerter und stürzte sich auf die wütenden Trauernden. Genau, Kroen! Isbel schrie auf. Aus ihren Händen strahlte ein grelles Licht, das Zwerge und Lyrier gleichermaßen blendete. Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Hattet ihr nicht schon Unglück genug? Senkt die Waffen! Sofort! Was war stärker? Die Macht von Isbels Magie oder die Kraft ihrer Bitte? Es ist schwer zu sagen, fest steht nur, dass beide Seiten plötzlich jeglichen Wunsch zu kämpfen verloren hatten. Mebe atmete erleichtert auf, denn sie wusste, dass ohne Isbels Eingreifen auf diesem Friedhof viel Blut vergossen worden wäre. Na gut, dass wir sie dabei hatten. Ach, so nennst du das. So nennst du das also. Na, wenn du möchtest. Gut, haben wir die Sache auch nochmal geklärt. Keine Ahnung, ob das Prover vielleicht noch freuen wird. Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal so wirklich, warum der eigentlich sauer ist. Ähm, schauen wir mal. Also, er wartet uns ja an der Brücke. Das ist da oben irgendwo. Na, schauen wir mal, dass wir da noch hinkommen. Machen wir uns endlich mal auf. Wir haben es ja fast geschafft. Und dann können wir endlich mit ihm reden. Und dann erfahren wir hoffentlich auch, was es damit auf sich hat. Nur noch diesen Berg. Oh, da gibt es noch ein bisschen Loot. Nicht vergessen, sonst schreibt mir wieder jemand in den Kommentaren. Die Lyria erklommen den höchsten Pass des Mahakam-Gebirgszuges. Der Schnee knirschte unter ihren Stiefeln. Die kalte Luft stach in den Lungen. Und der Wind riss an ihren Umhängen. Mebe wandte sich schweißgebadet an Rinna. Dort, bei den Felsen werden wir... Der Rest ihrer Worte ging in einem gewaltigen Donnern unter. Der ganze Berg rumpelte mit einem tiefen, vibrierenden Grollen. Es wurde lauter und hallte ohrenbetäubend von den Felsen wieder. Die Lyria blickten sich orientierungslos um. Nur wenige hörten Gabor's Warnung. Steh da nicht herum! Hinter einen Felsen! Schnell! Schnell! Mebe folgte dem Blick des Zwergen und schrie entsetzt auf. Die Schneedecke hatte sich gelöst und toste nun in einem Nebel aus eisigem Staub den Hang hinunter. Bevor sie reagieren konnte, stieß sie die weiße Flut auf die Knie, schlug über ihr zusammen und drückte sie zu Boden. Danach spürte sie nur noch allumfassende Kälte und Angst. Mebe überlebte. Die Zwerge, die den Lyriern zu Hilfe kamen, gruben sie gerade noch rechtzeitig aus. Manche Soldaten hatten nicht so viel Glück. Die Königin sah zu den blau gefrorenen Leichen. Neben ihnen lagen tote Pferde, zerschmetterte Wagen. Die Verluste waren gewaltig. Mebe brannten die Tränen auf ihrer eiskalten Haut. Gabor sprach eine Weile mit dem Anführer der Mahakamwache, die sie gerettet hatte. Seine Mine war finster. Na? Und? Was hat er gesagt? Erzähl ich noch. Erst braucht ihr was Warmes zu trinken und zu beißen. Nein, Gabor. Ich muss wissen, was zur Hölle hier passiert ist. Tja, das war eine Lawine. Natürlich war das eine Lawine. Aber was hat sie ausgelöst? Was war das für ein Lärm? Äh, Signalhörner. Unsere. Also habt ihr uns im Schnee begraben? Zwerge? Ja, aber nicht absichtlich. Okay, ähm, ja, dann erzähl mal, wie meint er das denn genau? Sag schon, schnell! Also, wir räumen unsere Berge regelmäßig, so wie Menschen Schnee vom Dach schaufeln. Sonst kracht uns das ganze Zeug irgendwann auf den Kopf. Wenn der Schnee tief genug ist, lösen wir kontrolliert Lawinen aus. Dann müssen wir nur noch ein bisschen aufwischen und die Straße ist wieder sicher. Schön und gut, aber warum wolltet ihr gerade dann aufräumen, als ich hier vorbeikam? Fragte ich mich auch. Laut Plan steht das eigentlich erst nächste Woche an. Aber jemand wollte den Berg früher geräumt haben. Wer? Sag ich euch. Aber erst müsst ihr versprechen. Wer? Äh, Ovein Epp Klenwok. Der Gesandte Nilfgaard. Wahrscheinlich als Rache für den Angriff auf ihre Karawane. Dieser Bastard. Renard! Renard! Wartet! Ich verstehe, dass ihr wütend seid. Zurecht! Aber ihr werdet Ovein nichts nachweisen können. Der Fuchs hat sich nicht selbst die Pfoten schmutzig gemacht. Das ist mir egal. Ich finde ihn und bringe ihn um. Und dann? Was wollt ihr dann Bruva erzählen? Mewe, ihr seid zu Recht sauer. Aber ich bitte euch, lasst es dabei bewenden. Sonst werdet ihr Mahakam mit leeren Händen verlassen. Augenblicke später meldeten Späher, dass Ovein nördlich der Unfallstelle lagerte. Mewe musste sich entscheiden, wie viel sie riskieren wollte, um sich am kaiserlichen Gesandten zu rächen. Oha, na jetzt wird es ja... Ah, da ist die Lawine. Hat uns begraben. Und eine ganze Menge unserer Sachen auch noch. Ja, das ist dann quasi die Folge daraus, dass wir die Karawane angegriffen haben. Ja, so sehe ich das auch. Na dann schauen wir uns die Nilfgarder mal an. Wo lagern die denn? Ah, da sind sie ja. Das Nilfgardische Lager, da sitzen sie und lachen. Dort herinnen, flüsterte einer der Späher. Links vom Weg. Mewe blinzelte. Die Nilfgarder hatten unter einem Felsvorsprung Schutz vor dem fallenden Schnee gesucht. Aus ihrem Lager wehte der Geruch von gebratenem Fleisch und es war Gelächter zu hören. Die schwarz gekleideten Soldaten hatten allen Grund zum Feiern. Sie hatten Mewe's Kompanie dezimiert, ohne auch nur die Waffen zu ziehen. Mewe's Blick fiel auf etwas anderes. Einen Metallbehälter, in den die Nilfgarder ihre abgenagten Knochen warfen. Er sah seltsam vertraut aus. Einen Moment später erkannte die Königin, dass es ein umgedrehter, lyrischer Helm war, der aus dem eisigen Grab eines ihrer Männer stammen musste. Dieses Pack! zischte Mewe. Ich lass sie bluten. Mewe, zum letzten Mal reißt euch zusammen. Flüsterte Gabor. Ihr wollt Rache, das verstehe ich. Aber denkt an den Preis. Bruva wird euch niemals verzeihen, wenn ihr Owen auch nur ein Haar grümmt. Und ihr werdet jegliche Hilfe vergessen können. Es herrschte Schweigen, dass schließlich einer der Späher brach. Herrin, euer Befehl? Greifen wir an. Tja, greifen wir an oder greifen wir nicht an? Im Endeffekt, ich glaube, man braucht ja nicht viel zu sagen. Wir haben die Situation gesehen. Wir wissen, was die möglichen Konsequenzen sein können. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben viel für Bruva getan, seit wir hier sind. Also, ähm, wir haben uns sowohl quasi, oder wir haben uns sehr für ihn verdient gemacht. Vielleicht haben wir sogar Glück und er kann über diesen einen Vorfall dann hinwegsehen. Aber, ja, im Endeffekt nichtsdestotrotz. Die Entscheidung steht an. Was wollen wir mit den Nilfga dann machen? Angreifen oder nicht? Und das ist natürlich mal wieder eine Entscheidung, die ihr treffen dürft. Wie gesagt, eigentlich die Argumente auf beiden Seiten sind klar. Die Frage ist, überlässt Meve ihrem Zorn die Entscheidung oder schafft sie es oder will sie überhaupt ihren Zorn überwinden und wieder abziehen mit dem Gewissen, oder nicht nur mit dem Gewissen, mit dem Wissen, dass die Nilfgaarder wahrscheinlich auch von Bruva nicht bestraft werden, weil es ja, wie gesagt, keine Beweise gibt, dass er das genau aus diesem Grunde getan hat. Dass er gerade deswegen die Räumung des Berges, äh, erfragt hat. Das heißt, wenn wir jetzt ziehen, wissen wir, dass dieser Mann oder diese Nilfgaarder keine Strafe bekommen werden. Tja, das ist also jetzt die Frage. Was tun wir? Angreifen oder ziehen? Eure Entscheidung. Wieder über die übliche Funktion, oben rechts in der Ecke. Bis zum nächsten Mal und ciao.